Hallo und herzlich willkommen zu unserem Trailer Einblicke in die integrative Therapie. Wir haben uns zusammengesetzt, um uns Gedanken zu machen, warum uns die integrative Therapie solch eine Freude bereitet und wir sie darum auch anderen ans Herz legen möchten. Wir haben deshalb Videos zu verschiedenen Themen gedreht. Die Reise führt uns zu den kreativen Medien der Bodycharts oder auch Körperbildern sowie zu den Gipsmasken. Außerdem können uns auch Tiere unter speziellen Voraussetzungen in der therapeutischen Arbeit unterstützen. Wir haben dafür einen Hund, Hune-Kune-Schweine und Pferde vor die Kamera gebeten. Waldspaziergänge sowie das Waldbaden als Element der Green Meditation ergänzen die umfangreiche Methodenvielfalt der integrativen Therapie. Die Arbeit mit dem kreativen Medium Musik kann in vielfältiger Weise genutzt werden. Das Spiel mit den Instrumenten und Klängen berührt frühe Atmosphären, die über Sprache oft nicht gut zugänglich sind. Fachdialoge und Kolleginnen erlauben mehr Perspektivität und kritische Reflexion der eigenen Arbeit. Wir hoffen, wir können mit den weiteren Videos einen kurzen Einblick in das Verfahren der integrativen Therapie ermöglichen. Wir wünschen viel Spaß!